so da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge fazit zu dieser maschine die boss agrisem habe ich jetzt gefahren vier tage bei unterschiedlichsten bedingungen habe ich sie ausprobiert in unterschiedlichsten varianten fassen wir mal roundabout zusammen die saatgutablage sieht wirklich gut aus funktioniert wirklich gut und ich kann euch bestätigen je schwerer der boden ist und so besser funktioniert diese maschine das ist tatsächlich so der untergriff dieser schare kommt richtig zur geltung wenn das ganze schwer wird das heißt durch die schrägstellung hier schieben sie sich richtig schön in den boden rein und so hat man auch auf harten stellen da wo fahrgassen sind da wo man auf die fläche rauf fährt hat man dann seine seine wirklich gute saatgutablage bei extrem sandigen standort funktioniert das auch aber man hat erdbewegungen dabei das muss man sagen sich da sind sicherlich andere andere konzepte wieder besser aber overall sieht die saatgutablage hier immer gut aus ja also wirklich im sand bin dann auch nachher auf achteinhalb km heruntergegangen dann sieht das auch gut aus wenn ein bisschen bewuchs drauf ist wenn stoppeln drauf ist sieht man gar nicht wie gesagt wenn einfach der blanke boden da ist dann hat man wirklich ein bisschen erdbewegung die saatgutablage sieht aber jederzeit wirklich gut aus dann muss man sagen fährt sich auch eigentlich ganz gut also dadurch dass sie das viel gewicht von der maschine auf der hinterachse liegt kann ich kann man sich auch beim fahrkomfort gar nicht beklagen natürlich setzt das voraus dass der schlepper dann ein bisschen großer ist größer ist oder man hat alternativen frontgewicht so ein bisschen auszugleichen damit er nicht ganz so leicht auf der vorderachse ist hier haben wir natürlich dadurch dass die räder nach hinten gesetzt wurde wurden und dadurch dass die maschine auch wirklich hier weit nach hinten gebaut wurde hat man aber auch wirklich eine möglichkeit sehr sehr eine sehr sehr große bereifung zu fahren geht wunderbar auch das rangieren in der ecke ist okay ja also oftmals hat man ja trotzdem hinten so ein bisschen gras oder sowas wo man rüber schieben kann so dass wenigstens die erste reihe da drin ist dann ist natürlich nichts im vergleich zu maschinen die wo die saatreihe dahinter am ende sitzt ist das kein vergleich kommt darauf an auf die strukturen ob man das möchte oder nicht das system hat aber auch wiederum vorteile man kommt wirklich hervorragend an die dosiere ran hier kann man einfach so durchgehen und da kann man einfach dazwischen steigen sozusagen und dann das ganze machen was wirklich positiv auffällt ist dass man komplett dass die teile quasi in zwei sektionen aufgeteilt sind und die klappen komplett hoch dadurch ist unter der maschine dann auch frei das heißt wenn man die saatt tanks leer machen möchte kann man ohne probleme in big bag unterschieben den aufhalten welle ziehen dann läuft das alles untenrum leer mit palettenwagen rausfahren so hat man wirklich die maschine sehr einfach entleert und das klappt wirklich gut also ich musste auch gerade noch 300 kilo rausholen ohne probleme was mir ein bisschen fehlt ist tatsächlich wie bei vielen anderen herstellern auch die halbseiten klappung das heißt dass man von der seite aufsteigt und befüllt und hier klappt man das hoch und fährt mit dem telelader ran das ist auch so ein bisschen die klappen halt nach vorne auf diese klappen von dem tank das heißt man muss mit telelader hier wirklich weit ran fahren dann oben rein da ist noch ein bisschen fummelarbeit da muss man sich wirklich man muss eingeknickt stehen da muss man sich ran ran üben hinten geht es ein bisschen besser ohne probleme dass der punkt der mir fehlt aber ich habe auch klar paar kleine kritikpunkte gefunden da muss man ehrlicherweise sagen das sind eher so schönheitsfehler ja also das sind dinge die kann man verbessern wichtig ist ja im grundsatz die saatgutablage und die funktioniert gut die schare passen sich hervorragend den boden an ja also das ist gar kein problem wie die arbeiten und das ist im prinzip das wichtigste das wichtigste von der dröhmaschine ist die saatgutablage und das ist wirklich wirklich gut aber wir kommen zu ein paar kritikpunkte die ich mir hier aufgeschrieben habe genau wir gucken erst mal hier dass das das erste was wir uns angucken ist hier sind im prinzip so ziehen wir einmal handschuhe an hier sind im prinzip so sieht die saatgutwelle aus und hier ist das auch so gemacht dass man nicht die einzelnen wellen tauscht sondern hier die einzelnen komponenten in den saatgut fächern sozusagen tauscht ist ganz nett gelöst trotzdem würde ich mir fast einzelne wellen zum tauschen wünschen die man hinten hier in seinem kofferraum einfach dabei führt so das vermeidet im prinzip so die rum bastelei ja wir haben ja hier unseren kleinen kofferraum dabei das ist natürlich leer weil die jungs haben natürlich angst hat aber was flöten geht über nacht den kann man auch abschließen die könnte man auch theoretisch ein bisschen größer gestalten und ich würde mir persönlich wünschen dass es da wie bei allen anderen herstellern auch einzelne wellen gibt die man einfach tauscht weil es einfach viel viel schneller geht ja im grunde entspricht ja das so ein bisschen dem prinzip von horch ja das so ein bisschen ähnlich und was aber hier viel besser ist das lässt sich viel besser reinschieben und dadurch durch die einzelne markierung passt es auch wirklich nur an stelle und das geht wirklich gut und das lässt sich auch genauso einfach wieder raus schieben ohne großes haken gar kein problem was aber dann auffällt und das auch ganz vielen herstellern so dass man da die welle quasi da rein steckt das hat aber ein ganz großes problem wenn wir jetzt auf dem acker hier einmal die welle ziehen wollen saatgut wechseln wollen leer machen wollen weiß der geier dann ist es so dass da drin drinne dann saatkörner liegen in der welle da muss man ja ein schraubenzieher pinsel irgendwas dabei haben um das rauszuholen besser wäre es ja eigentlich wenn das andersrum gelöst wird das heißt die welle steckt da draußen und wir stülpen die nur so rüber dann hat man nicht die problematik mit den einzelnen körnern das ist aber eine problematik die ganz ganz viele andere hersteller auch haben ansonsten funktioniert es wirklich gut und man muss ehrlicherweise sagen die zugänglichkeit sucht seinesgleichen ja also man kommt hier wirklich gut ran auch zum abdrehen man hängt das hier unter man kann ja noch den regler hier quasi so stellen dass das alles hier jetzt rein rutscht wir haben ja hier unten zwei matten unter das ist alles hier rein rutscht dann können wir einmal unterhängen und wir haben natürlich die funktion dass wir das tablet mit rausnehmen können das heißt das legt man sich vor ein hin das legt man sich hier auf den tritt hängt den einmal und tippt das hier alles ein und wiegt das alles fix durch ich habe mir auch zwei einmal mit mit dazu genommen das heißt man muss nicht bei jedem vordosieren oben wieder in tank klettern das rauskippen sondern man kippt einmal alles immer jedes mal rüber kalibriert das durch und dann ist fertig und dann habe ich auch ein punkt der ist im letzten sache aufgefallen da war ich schon schweiß gebadet habe das aber gemacht dass man am ende hier den regler auch wieder auf mitte stellt weil hier geht im prinzip die ware runter und wird jetzt aufgeteilt nach rechts und links in die verteilerei und wenn ich den jetzt meinetwegen hier drüben lasse dann geht das alles nur in die in das rohr hier rein einmal mache weil ich ja zweimal abgedreht habe und habe zweimal vergessen da geht es beides mal in nur ein rohr rein und dann haben wir 36 cm reihenabstand nicht so ganz geil eventuell hier ein aufkleber ran machen regler richtig oder irgendwie sowas dass es oder hier noch mal dass man das wirklich noch mal sieht ja die variante mit sensoren ist natürlich technisch immer aufwendiger und immer anfälliger aber so dass man einfach eine kleine erinnerung hat wir sind ja alle nur menschen und wir machen fehler und haben stress und in dem moment kommt noch ein anruf dann können wir das nie ganz vermeiden was das natürlich hier so ist diese kleinen verschlüsse die sind hier genietet ich weiß gar nicht das finde ich glaube ich im gesamten gar nicht so gut ich bin nämlich auch so ein typ der dann wieder pech hat dem so ein ding mitten in der nacht auf dem acker mal abbricht weil das ist ja hier nur kleines alu und dann steht man da mit wmh ja also dass man das vielleicht eventuell schrauben könnte gucken uns oben zum saattank an dass man ein ganz ein punkt ganz wichtig aufgefallen hier vorne sitzen die füllstandsensoren da und da wenn wir uns jetzt aber den saattank angucken ja dann läuft er hier ultra spitz zu und hier lang flach ausgelegt das heißt hier wird die ware immer als erstes leer und hier liegt noch ware an es ist deutlich besser wenn hier der füllstandsensor liegt ja hier oder noch tiefer noch tiefer weil so ist es jetzt so man kriegt das man kriegt die meldung tank leer da sind aber noch 50 bis 100 kilo drin die hier so schräg im tank liegen entweder muss der tank spitzer werden oder man baut das auf der anderen seite oder man baut den sensor tiefer oder man baut da eine kamera rein damit man das wirklich leer fahren kann und nicht auf blauen dunst weil ja im prinzip möchte man weil gerade wenn man dieses saatgut wechselt wirklich leer fahren also fort anhalten und das nächste reinmachen damit ich hier nicht 50 50 kilo noch raus holen das ganz wichtig also entweder kammer oder sensoren sitzen wenn es ein bisschen anders meine tiger hatte das so brillant da war das irgendwie hier hier unter und da konnte man wirklich wenn der gesagt hat war leer dann sind er gerade die letzten 200 gramm verschwunden und dann konnte man anhalten und dann war das leer das ist ein punkt der fällt da wirklich auf also dieser lang gezogenen tank auf der seite da müssen eigentlich die füllstandsensoren sitzen oder wie gesagt die müssen ein bisschen anders angebaut werden denn ist ein punkt den habe ich schon in den videos angesprochen da gibt es kein tritt von außen und kein tritt von innen damit man in den satan kann und glaubt mir man muss in den satan da kommt passiert immer wieder was man reißen sack auf den fliegt da irgendwie wasser aus der folie mit rein oder aus dem big pack ist da irgendwie zwei drei lange strohhalme die mit einem obendrauf liegen die man rausnehmen möchte da das drinnen für sportliche leute ist kein problem aber da fehlt mir ein bisschen die stufe dann was auch fehlt wirklich wenn man das ding in der nacht fährt und man klappt das nach vorne auf da ist gar kein licht drin also brauchst du handy taschenlampe damit man was sieht licht reinbauen zusammen mit kamera würde das ganze schon beheben dann muss man ja auch aussteigen und gucken natürlich hat man es denn von außen nicht so krass dicht also jetzt ist der ja wirklich komplett luftdicht abgeschlossen der tank was wiederum ganz geil ist für witterung und für dünger da kommt auch gar keine luftfeuchtigkeit dran wenn man zum beispiel empfindliche dünger hat wie dhp dann reicht das schon aus die luftfeuchtigkeit damit er innerhalb von zwei tagen anfängt zu klumpen ist natürlich gut gelöst da der luftdicht abgeschlossen ist nichtsdestotrotz haben wir ein paar kleinigkeiten als punkte die wir anmerken wollen wenn wir jetzt auch hier hoch gehen ist das eigentlich ganz nett hier mit der stufe gemacht dass ich hier mit dem splint das hochklappen kann hat aber auch so ein bisschen das problem erstmal ist das hier relativ weit hoch also normalerweise stehen die so das heißt wenn ich hier aufstehe sagt das komischerweise ein bisschen nach das fühlt sich nicht so richtig an dann geht das wieder ein bisschen hoch und wenn wir runter steigen geht es wieder ein bisschen runter da hat es so ein bisschen ja sich bewegt ich weiß das ist wahrscheinlich nicht anders möglich aber wirkt so risiken und dann birgt es das nächste risiko was man hier aus sieht ja dieser schlauch der ist immer ein bisschen auf spring hierocke dann muss wahrscheinlich einmal hier durch liegen aber dann muss man die wahrscheinlich da oben anstrapsen und das hat halt das problem und das hatte ich auch dass er hier raus rutscht und mir ist das erst nach ein paar hektar ausgefahren aufgefallen das heißt eine reihe wird mir fehlen definitiv haben wir das nächste gleich hier vor uns der zyklon der ist ganz geil gelöst weil man es wirklich auch mit vielen drücken fährt hat aber den nachteil der will ich euch einfach nur sagen das material fällt relativ ruhig mit der schwerkraft runter das heißt bei drucksystem wo es mit druck kommt sobald das anfängt der dosierer zu drehen halbe sekunde sekunde ist es unten angekommen das dauert hier im moment länger das heißt das ist etwas schwieriger mit dem ganzen ein und aussetzen und das birgt auch risiko risiken quasi mit section control das heißt man muss da wirklich sensibel einstellen wie lange braucht die maschine wirklich bis saatgut anliegt um das section control richtig einzustellen wenn es denn vorhanden ist so ich gucke noch einmal auf meine liste drauf genau also section control und isobus wird kommen und damit sind auch ein paar punkte abgearbeitet die deutlich besser hier sind von der maschine dann letztendlich weil damit haben wir dann die möglichkeit des section controls der applikationskarten man hat natürlich auch wieder den nachteil man kann das tablet zum abdrehen nicht mit rausnehmen dann habe ich mir noch aufgeschrieben dass dass man das tablet rausnimmt zum abdrehen ist für für jemanden wie mich auch gleichzeitig wieder ein risiko ich habe immer so ein pech und mir fällt sowas immer runter das heißt ich lege mir das hier irgendwie auf den rahmen kommen dagegen drehe mich um das ding fällt runter das bereist ja also tablet rausnehmen ist eine geile sache irgendwie gut ich muss es letztendlich nicht kann ja auch die ganze zeit in der kabine reingehen aber das ist ein argument eine start stopp taste am dosierer wäre auch eine gute variante das hatte zum beispiel kläden sehr gut gelöst bei kläden ist es so sobald die taste drückt ja startet der kalibriermodus innen drin du kannst es auch zum vordosieren nutzen und wenn du sie wieder drückt ja dann startet der quasi wieder von neu das heißt du kannst vor dosieren du drückst einmal rauf dann startet er dosieren du drückst du noch mal auf den stoppt der der kippste das aus hängste wieder unter dann startest du wieder und nochmal und dann fängt dann sofort wieder bei null an ja dann wiegst du das ganze aus gibt es im tablet ein erst wenn neuer wert eingetragen wird ändert er die kalibrierung das heißt man kann auch von außen das quasi drücken ohne dass man letztendlich was eingibt und dann ändert man den vorherigen wert nicht das funktioniert sehr gut muss man sagen da war kläden bis jetzt das beste system andere haben draußen displays zum einstellen auch eine geile variante mit isobus in der integration wird das ganze dann noch wieder mehr ein thema dann ist das so was ich auch wirklich bei ganz vielen herstellern vermisst irgendwie eine vernünftige anhängung ja also hier ist das jetzt mit dem eimer und fleischer haken gelöst aber ich sehe da tatsächlich eher irgendwie eine schöne stoff tasche die man falten kann die man da hinten rein packt die weniger irgendwie last aufnimmt man kann ja hier sind ja schon bohrung hier kann man ja quasi die haken rein machen um das ganze an zu hängen und dazu hängen fertig ja da sehe ich doch schon deutlich einen vorteil als wenn ich da irgendwie hier mit so mit so einem eimer das unterhängt aber wie gesagt ganz kleine schönheitsfehler alles schauen wir mal was habe ich mir noch aufgeschrieben was auch auffällt wenn man jetzt die oberlenker nicht hoch macht jetzt sind die oberlenker hoch ja so fährt man am besten wenn man rückwärts fährt wenn man ins vorgewände fährt wenn man das aber unten also parallel den rahmen lässt und hebt nur an dann hat man sehr sehr wenig freiheit hier unten ja das heißt wenn die räder dann schon so ein bisschen in der fahrgasse fahren und anfangen zu wanken dann berühren die schare schon ein bisschen den boden da würde ich mir ein bisschen mehr bodenfreiheit wünschen wenn die ausheben und was mir auch aufgefallen ist nach unten ja also wenn man so einen extremen damm hätte dann fehlt auch ein bisschen freiheit nach unten von den scharen wenn der acker glatt ist gar keine frage aber wenn wir zum beispiel mal so ein damm haben oder so ein wald und alten weg vielleicht im grünland dann kann das schon zu problemen kommen weil dann die schare nicht weit genug nach unten auslenken da ist ein punkt mir noch aufgefallen wenn man im vorgewendemodus oder beziehungsweise es gibt kein klassisches vordosieren so bei der maschine hier zumindestens habe ich das nicht so entdeckt das heißt du kannst nicht in die ecke reinschieben eine taste drücken und dann drehen die dosierer schon dann lässt das gerät runter und dann fährst du los damit ab erster sekunde saatgut anliegt ich habe das ein zweimal gemacht gefühlt ist es so dass du einfach nur die 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 senkung triggert quasi den sensor der sagt wann das gerät im boden ist und dann kommt halt saatgut auf geschwindigkeit das heißt wenn du an rollst ja also du musst an rollen der macht als erstes 9 kmh rein für die ersten zwei sekunden und dann übernimmt er die geschwindigkeit die du fährst hat den ganz guten vorteil eigentlich dass du wirklich auch gut eine menge saatgut hast das heißt du lässt sich in der ecke runter ich habe das so gemacht ich habe runter gemacht und bin so zehn zentimeter dabei gerollt ja und da kommt saatgut und dann kommt auch gut saatgut so dass auch wirklich menge in den ecken die funktioniert gut aber ich hätte gerne noch mal eine taste die man drückt wo einfach die dosierer quasi auf 9 kmh 34 sekunden drehen ist eine ganz nette variante weil manchmal wenn man auch gucken mensch habe ich jetzt dass das hier alles umgestellt oder nicht und dann wäre es zum beispiel so macht man das manchmal auch bei der edx zum beispiel auch gucken ob in allen reihen dünger kommt ist man legt die schare auf dem boden drückt einmal die taste zum dosieren hebt alles an fährt rückwärts und guckt ob auf allen scharen saatgut liegt dass sie einfachste und schnellste variante da muss ja keiner hinten stehen und irgendwas kontrollieren dann sieht man das wirklich wunderbar und schnell kommen aber zum zum ende des fazit gucken uns ja gleich noch mal den feldaufgang aber wie gesagt das sind jetzt alles so kleine schönheitsfehler und das mechanische ist ganz gut was mir wirklich hier gut gefällt ist die maschine ist aufgeräumt ja wir haben hier keine keine durchfluss sensoren hatten für und wieder wir haben deutlich weniger sensoren dabei wir haben 34 sensoren also 34 34 sensoren weniger das entschlackt natürlich seine maschine auch wirklich enorm andersrum hat man wieder das risiko wenn das mal oben im verteiler stoppt dann ja dann kriegt man es nicht mit ansonsten mit dem zyklon funktioniert das wirklich gut ich hatte das gehabt ich hatte tatsächlich ein stopfer da unten drin und dann kommt wirklich das saatgut raus ich meine ich habe mit 100 meter gefahren bei einem richtigen saatgut überwachung es wird es das natürlich sofort mitbekommen aber in verbindung mit dem zyklon geht es ja nicht ja die richtige saatgut überwachung beruht ja darauf dass wenn die reihe verstopft ist dann geht oben die luft nicht mehr in dieses eine rohr rein ja weil sie kann ja nicht mehr dadurch strömen das heißt man kriegt ja sofort die meldung da geht kein saatgut mehr drauf also sobald ich quasi unten vorm schar eine hand vorhält erhalten würde oder so geht da kein saatgut mehr durchs rohr durch weil die luft haut ja nicht ab und demzufolge wird sofort eine meldung kriegen hier durch den zyklon ist ja quasi immer luft im strom und bringt immer körner durch das heißt da oben würde mir eine saatgut überwachung gar nichts bringen die wird mir wirklich was bringen wenn sich das da bis da oben hoch gestaut hat und tatsächlich da unten liegen ja tatsächlich er die problem ist heißt die saatgut überwachung müsste tatsächlich hier im zyklon sein und dann weiß ich nicht ob man die sensoren dafür für die überwachung so dicht über die schare erde haben möchte da hat man wirklich viel schmutz dreck und auch steine und ihr seht ja selber wie die maschine jetzt aussieht ich bin da nur morgens im tau gefallen und da setzt sich schon direkt er daran so wieder zurück ein paar monate sind seitdem vergangen und wir haben jetzt hier den weizen den wir nach raps gemacht haben und ich zeige euch einfach mal die kritischen stellen um das ganze zu beurteilen insgesamt ist der feldaufgang wirklich hervorragend muss man sagen der hatte hier mit ganz langer trockenheit zu kämpfen der raps der hier vorher war also ich habe gedrillt und später den raps abgespritzt der raps der hier vorher war der hat wirklich jedes kleinste gramm wasser hier rausgezogen so dass der feldaufgang deutlich länger gedauert hat als zum beispiel da auf der seite wo geflügt wurde und das ganze ausgebracht wurde letztendlich hat sich das alles aber gut verwachsen und der bestand sieht gut aus was ich zeigen will hier zum beispiel ist eine fahrgasse hier haben wir 50 bis 60 bodenpunkte übrigens auch relativ hart und zur aussaat war der boden hier wirklich steinhart und das ein punkt da besticht diese maschine wirklich je härter der boden desto besser geht die in den boden rein mit diesem andere katscher wir haben hier ein paar punkte hier zum beispiel war lager raps wie man das sieht und wenn man sich das hier anguckt also hier war wirklich viel stroh wie wie man das sieht wenn man sich das hier anguckt haben wir überall pflanzen da teilweise nicht aber das kann man auch eventuell bisschen mit der verteilung in der drillmaschine zusammen bekommen das heißt wir haben hier pflanzen das eine das eine hier geht es weiter hier wo extrem viel stroh ist haben wir zum beispiel keine jetzt weiß man aber nicht ob es am her pinning lag oder ob einfach da nichts aus der drillmaschine raus kam ja aber der boden ist gut intakt wie man auch sieht schön krümelig hier drunter die regenwürmer schnappen sich schon das ganze stroh weg also hier auch relativ viel stroh aber hier sieht man hier haben wir stroh hier haben wir pflanzen hier haben wir pflanzen was man jetzt aber auch sagen muss raps stroh ist jetzt nicht die die größte größte hindernis weil er relativ brüchig ist weil es recht relativ brüchig ist das heißt man man hört das ja fast schon wenn man hier rüber geht über die stoppeln ja das ist ja nicht wie stroh was letztendlich richtig zäh ist sondern das lässt sich ohne probleme einfach durchschneiden genau und wenn wir uns jetzt hier einmal die vorgewände angucken dann haben wir da auch eine hervorragende feldaufgang was so ein bisschen stört ist durch diesen zyklon braucht die maschine wirklich sehr sehr lange bis saatgut ankommt und das ist relativ schwer einzuschätzen dadurch neigt man manchmal dazu zu früh einzusetzen als auch zu spät ja das heißt wir haben hier so eine überlappungszone die relativ groß sind und ich habe zum beispiel woanders bei den sonderkulturen auch lücken wo ich nichts drin habe weil die maschine relativ lange braucht bis da saatgut ankommt ja das ist so ein punkt bei allen anderen maschinen sage ich mal macht man runter ungefähr die sekunde dann liegt saatgut an hier würde ich fast sagen sind drei sekunden und aus einer gewohnheit heraus klar man gewöhnt sich dann um aber aus der gewohnheit heraus ist es schwierig wenn man denn auch daran denkt dass man vielleicht teilflächenspezifisch dass man dann vielleicht mit section control arbeiten möchte das heißt man fährt im vorgewände rein er schaltet aus ist ja relativ simpel aber das einschalten braucht eine relativ lange zeit da muss man natürlich deutlich gezielt hat auch dann eingeben beziehungsweise das ist dann auch nicht so einfach zu machen so und hier haben wir die fahrgasse hier war der boden wirklich steinhart aber hier habe ich schon beim seht ihr das also krieg kein sparten hier rein ist auch völlig okay weil es ist und bleibt auch die fahrgasse hier ist steinhart der boden wie ihr das seht ja aber auch hier war die ablage da das heißt das funktioniert schon dass die saate in den boden kommt wenn ich direkt daneben gehe seht ihr selber neben der fahrgasse ist der boden butterweich und ich kann ihn aufstechen also das hat wirklich gut funktioniert und wir gucken uns das ganze jetzt noch mal nach den erbsen an auf einer lehmkuppe so wir haben hier spaten ach spaten lassen wir jetzt schnell wir haben hier den weizen nach den erbsen und hier war der feldaufgang wirklich schnell und man sieht das auch ein bisschen die pflanzen sind ein bisschen größer und ein bisschen üppiger und zwar dadurch dass ja hier nichts ausgewachsen ist also vereinzelt man ein paar erbsen und es war hier auch kaum stroh wurde halt wenig wasser geklaut und dadurch war der feldaufgang mindestens zehn tage früher als dem bei dem raps also der sieht wirklich gut aus hier ist ein schöner weizen und hier oben hatte ich immer probleme mit den lehmkuppen wenn ihr euch mal erinnert sowohl im strip till als auch mit der tiger drill und hier sieht der aufgang erst mal ganz gut auf aus hier war jetzt ein jahr strip till mais und dann letztes jahr direkt satt erbse und jetzt ist hier direkt satt weizen sieht wirklich gut aus ist sehr guter boden schwerer boden und dann macht sowohl die boss guten job als auch der weizen sieht hier wirklich hervorragend aus also hier kann man nicht viel meckern wir sind jetzt hier auf der fläche auf der letzten fläche die wir mit der boss gemacht haben und hier ist ein punkt den ich euch ansprechen wollte wenn das manchmal länger dauert dass das saatgut kommt dann hat man halt hier diese fenster da hinten und hier da habe ich mal ein paar gemacht das ist so ein bisschen man muss sich da wirklich umgewöhnen weil normalerweise ist man gewöhnt dass diese eine sekunde du machst runter eine sekunde hast saatgut und fährst vor hat man da wirklich drei vier sekunden da muss man wirklich jedes mal dran denken wenn keine gewohnheitssache ist letztendlich fällt aufgang auch hier sehr sehr gut wir hatten verzögerten feld aufgang wo einfach teilweise kein wasser am boden war aber dafür kann die maschine nichts jetzt sind da ein paar punkte die mich aber bei der boss immer noch so ein bisschen zögern lassen zum einen ist das isobus soll jetzt bald demnächst kommen aber als ich im winter angefragt habe nach einer neuen maschine war es noch nicht möglich isobus zu haben wenn ich jetzt mir aber eine maschine hole tendenz die ich mindestens sechs oder zehn jahre fahr dann hätte ich das gerne schon mal mit drin weil ich investiere ja für meine zukunft und dann hätte ich ja auch sicherlich mal die technik für die zukunft dann ist der punkt die zyklone die haben ja eine geile idee im prinzip dass du nur noch einen windkanal brauchst beziehungsweise eine windgeschwindigkeit du kannst raps und dünger mischen und hast trotzdem eine schöne verteilung du hast aber das problem a der saatreienüberwachung ja weil es geströmt ja trotzdem bis zum zyklon und fliegt dann oben raus das heißt ich hatte tatsächlich auch zwei verstopfte reihen also wann kriegt man es mit ja wie gut kriegt man es mit wie oft guckt man nach hinten nachts fällt einem das wirklich auf oder hat man eine verstopfte reihe das heißt die saatgutüberwachung müsste man wahrscheinlich weiter unten anbringen näher beim boden das ist natürlich schwierig also saatgutüberwachung reihenüberwachung und dann leitet der zyklon die luft nach oben ab und wir haben bei den einzelkornmaschinen hatten wir relativ zügig irgendwann mal so ein gesetz bekommen dass wir nur noch ab luft nach unten ableiten dürfen mit beizen was auch absolut sinn macht muss man ehrlich sagen wegen insekten wegen stäube und 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 ist auch sicherlich eine sache vom arbeitsschutz wenn wir jetzt sagen wir mal die maschine staubt ja also gibt ja die abluft nach oben ab und auch bei staub wird sich sicherlich an der maschine anhaften dann auch ein bisschen vermehrt und wenn wir da mit den händen rangehen ist einfach eine sache vom arbeitsschutz wo ich auch so denke vielleicht ist es gar keine so gute sache mit den zyklonen und was machen wir denn wenn wir das gesetz auch bei den drillmaschinen bekommen dass wir die abluft die mit beizen zu tun hat nur noch nach oben ableiten ja klar können wir dann das vielleicht verbinden und dann kommt das in den boden aber was machen wir denn wenn wir verschiedene verschiedene dinge beim beim saatgut mischen wollen oder beziehungsweise verschiedene produkte in den behältern haben mit unterschiedlichen flug eigenschaften ist für mich noch nicht eine schwierige situation wo ich so denken aber eins eins ein gesamtpunkt möchte ich ansprechen der mir einige geschrieben hat und der hat mich ein bisschen auch ins zögern gebracht und zwar haben mir einige geschrieben dass die zuverlässigkeit dieser maschine zu wünschen übrig lässt und das waren so vier fünf leute und da denke ich mir so ja das ist schon fast ein bisschen zu viel wenn man so ein feedback von von den maschinen bekommt dann ist das schon also mir schreiben hier relativ viele von euch auch relativ lange ausführliche berichte viel vielen dank übrigens dafür und ich versuche das auch in den videos zu integrieren damit wir so ein herden wissen haben und die haben mir halt geschrieben dass es halt langzeit technisch immer wieder probleme gibt sei es die elektronik ja verbindung eventuell mit terminal besteht manchmal nicht ja das hat alles funktioniert bei der bei der vorführung mit dem mit dem mit dem koppeln nach draußen kabellos aber wie sieht es denn aus wenn die maschine vier fünf jahre ist das sind ja alles zu fragen wenn wir über die zehn jahre für eine maschine denken dann muss das alles abgesichert sein und da denke ich vielleicht braucht die maschine einfach noch ein bisschen entwicklungszeit genau eine stelle wollte ich euch noch zeigen und zwar habe ich hier in dem video war war das hier so dass extrem weich der boden hier war der ist richtig geflossen obwohl auch in direktsaat und der feldaufgang sieht aber wirklich hervorragend aus also das war hier ungefähr da war der boden sehr sehr weich man sieht das der ist ja hier auch ein bisschen unebener ein bisschen mehr geflossen aber der feldaufgang sieht auch hier sehr sehr gut aus der punkt bei der bei der boss ist halt dass eine richtige direktsaat drin maschine die möchte harten boden und je fester der boden ist umso besser sieht die ablage auch aus umso besser legt er auch ab also dieses undercut char hat wirklich hervorragende vorteile bei festem boden und generell ablagegenauigkeit ablage die ist immer das sieht immer gut aus muss man ehrlich sagen wenn man jetzt aber vielleicht ein umstellungsbetrieb ist und man hat gegrubberten boden geflügten boden was auch immer da muss der boden wirklich gut abgesetzt sein weil ich glaube da hat die maschine wirklich schwächen wenn der boden sehr sehr weich ist weil es steht ja schräg und nach vorne das heißt wenn der boden sehr weich ist und hat zu wenig widerstand fängt sie natürlich an eher eine rinne aufzuschieben und das sind vielleicht die dinge die man bedenken muss wenn man sich für diese maschine entscheiden möchte überzeugen tut sie vor allen dingen mit der ablagegenauigkeit das char system das ist wirklich gut und da zieht sich richtig schön in den boden das braucht kaum druck es sieht sich unfassbar leicht ich glaube wir hatten 3,6 liter das heißt die sechs meter krieg auch mit 150 180 ps ohne probleme gezogen vorteile sachen maschinen kosten ist natürlich gewicht von der zugmaschine die mehreren tanks hervorragend ich glaube mit der flüssigdünger variante ist es dann auch wirklich gut und soweit kann ich nichts dazu sagen sind nur ein paar punkte wie gesagt das isobus system zyklone bin ich mir nicht ganz sicher für die zukunft und verarbeitung beziehungsweise zuverlässigkeit aber das feedback von euch ist natürlich auch immer ein blick in die vergangenheit jetzt hat sich ja viel getan die heißt ja nicht mehr slyboss die heißt ja nur noch agrisemboss und die neue auf der agritechnica sah jetzt auch schon wieder anders aus auch von der verarbeitung deswegen ist es vielleicht auch so vielleicht waren die mal unzuverlässiger aber jetzt sind sie vielleicht nicht mehr unzuverlässig von daher soll es das erst mal gewesen sein und wer sich für die maschine interessiert ich hoffe für den was jetzt eine hilfe dass wir uns das ganze mal hier von dieser seite angeguckt haben vielen vielen dank bis zum nächsten mal leute ciao ciao